Dies ist ein erstes Video, wo es darum geht, das Arduino Board mit dem Editor M Block 5 in der Version hier zu verbinden. Bevor ich dazu übergehe, den Editor ein wenig anzuschauen, hier zunächst ein Blick auf das Arduino Board. Dies hier ist ein Arduino Mega Board. Wir werden hier entweder mit dem Mega Board oder auch mit dem Arduino Board arbeiten. Das Arduino Board ist ähnlich aufgebaut, nur ein bisschen kleiner. Ich werde hier nur die wichtigsten Komponenten kurz erläutern. Die Verbindung zum Computer kommt nachher hier hinein. Da wird eingesteckt vorne. Dann zur Stromversorgung. Da gibt es hier ein 2 Plus Pol, einmal 3,5 Volt und einmal 5 Volt. Das hängt so ein bisschen davon ab, welche Sensoren angestöpselt werden, ob die jetzt 5 Volt oder 3,5 Volt brauchen. Dazu aber später mehr in den anderen Videos. Dann gibt es hier Ground, also Minus. Dazu komme ich auch später zu diesem VN. Hier gibt es auch nochmal Ground. Und dann gibt es hier so eine ganze Menge, diese schwarzen Dinger, die nennen sich Pins. Da werden nachher die LEDs und die Sensoren drauf gesteckt. Für die Motoren werden wir einen speziellen Aufbau benutzen. Der wird auf dieses Board drauf gesteckt, ein sogenanntes Motorshield, aber auch dazu später mehr. Diese Pins kann man so ein bisschen unterteilen. Hier gibt es einmal die Reihe der analogen Pins. Die sind sehr empfindlich. Einige Sensoren liefern so viele verschiedene abgestufte Werte, dass sie hier analoge Pins benötigen. Dann gibt es hier im Gegensatz dazu die digitalen Pins, diese beiden Reihen hier quasi. Das sind Pins, die deutlich weniger empfindlich sind. Die LEDs werden damit zum Beispiel gerne angesteuert. Und dann gibt es hier noch die PWM Pins, Pulsweitenmodulation, dafür steht die Abkürzung. Ich gehe da jetzt nicht weiter darauf ein, dass das, aber es sind praktisch so Twitter Pins zwischen den analogen und den digitalen. Sie können nicht so viel Werte verarbeiten wie die analogen, aber auch deutlich mehr als die digitalen. Und einige Sensoren werden liefern, Werte, die durchaus hier durch die PWM Pins abgebildet werden können und werden dann daran gesteckt. Womit wir im Moment nicht arbeiten, sind hier diese Kommunikationspins. Deswegen lasse ich die erstmal weg. Das wäre es im Wesentlichen, was wir nachher benötigen. Und jetzt geht es zur Verbindung mit dem M-Block 5 Editor. Wie gesagt, das eine Ende des Kabels kommt hier hinein und das andere, das USB-Ende, kommt dann in den Computer und verbindet sich dadurch mit dem M-Block Editor. So, wenn ich den M-Block Editor öffne als Webseite, dann kann ich da in zwei Arten programmieren. Entweder hier mit Blogs oder die andere Seite sagt er halt direkt mit Python-Code. Das kann ich auch im Editor direkt nochmal umschalten, da komme ich nachher noch dazu. Ich kann mir das auch runterladen auf meinen Rechner. Und wenn ich jetzt aber praktisch mit dieser Web-Oberfläche arbeiten möchte, was ich sehr gerne mache, dann muss ich mir vorher auf meinen Rechner einen kleinen Treiber laden. M-Link heißt der. Ihr findet den auch im Moodle-Kurs. Das ist eine kleine Excel-Datei, sehr einfach zu installieren. Und das ist die Voraussetzung, dass nachher hier die Verbindung mit dem Gerät klappt. Komme ich aber gleich nochmal drauf zurück. Das ist wie gesagt der Editor. Man muss sich hier so ein wenig zurechtfinden. Hier oben die Menüleiste, da kann ich mir hier die Sprache einstellen. Dann kann ich hier Dateien hochladen und runterladen. Hier kann ich sie benennen. Also meine jetzige Datei, die ich jetzt anlegen möchte. Das möchte Test 1. Die kann ich hier auch speichern. Ich habe hier die Möglichkeit, mir Beispielprogramme auszuwählen. Und ich kann hier dann in den Python Editor auch umschalten. Das, was eben auf der Webseite immer hin und her gesprungen ist. Es gibt hier auch noch Hilfeseiten, aber dazu später mehr. So, dieses Fenster lasse ich im Moment weg. Das ist, wenn ich die interne Funktionalität, praktisch die Scratch-Funktionalität, um zum Beispiel ein Spiel zu programmieren, ausbauen möchte. Aber hier geht es ja jetzt um die Hardware-Programmierung. Und da ist dieser Teil hier unten wichtig, die Geräte. Und dann hier auch das Verbinden. Und die Blöcke sind zum Teil die gleichen, wie jetzt, als wenn ich die Scratch-Oberfläche benutze. Aber es gibt dann halt Erweiterungen. Und hier stelle ich mir mein Programm zusammen. Ich kann dann hier, wenn das Programm zusammengestellt ist, nachher praktisch noch die Python-Version einblenden, beziehungsweise bei Arduino dann die C-Version einblenden. Das ist praktisch das Programm, so wie es dann auf das Arduino-Board hochgeladen wird. Komme ich aber auch nochmal drauf zurück. So, jetzt erstmal zur Verbindung. Bevor ich das Board verbinden möchte, muss ich praktisch hier ein Gerät, ein Arduino, ein entsprechendes Arduino-Board hinzufügen. Dazu klicke ich dann mal drauf. Und dieser M-Block 5-Editor kann nämlich eine ganze Menge Geräte verbinden. Später im Kurs gibt es dann hier noch den M-Bot 2. Aber im Moment geht es hier um das Arduino. Wie gesagt, eventuell arbeitet ihr später auch mit dem Arduino Uno. Aber da ich jetzt das Arduino Mega vorgestellt habe, wähle ich es als Gerät auch mal aus. So, und was jetzt passiert ist, dass ich hier zum Beispiel diesen Pin, das sind zusätzliche Blöcke, die ich jetzt verwenden kann, die nur dann auftauchen, wenn ich hier auch das entsprechende Gerät auswähle. Wenn ich hier jetzt noch den M-Bot hinzufügen würde, dann würden noch weitere Kategorien hier auftauchen. Also ich habe hier praktisch immer Kategorien, Pin und Serial-Apport zum Beispiel, speziell für Arduino Ereignisse. Und da sind jetzt ein paar ausgegraut, weil ich halt wie gesagt nicht diese Scratch-Funktionalität benutze, sondern hier die Arduino-Funktionalität. Es ist also immer passend hier zu dem, was hier ausgewählt ist. Und je nachdem, welche Kategorie hier ich in diesem kleinen bunten Menü auswähle, werden hier dann verschiedene Blöcke angezeigt, von denen ich dann über Drag & Drop einfach welche auswählen kann, die ich dann hier zu einem Programm zusammenstelle. Und wichtig ist halt bei dem Arduino, wenn ich das Arduino programmieren will, dann muss ich immer als Startblock diesen Block hier auswählen und kann dann mein Programm zusammenstellen. Jetzt sieht man hier auch das passende C-Programm dazu. Und das verändert sich, je nachdem, welche Blöcke ich hier zusammenstelle. So, wie lade ich das Programm jetzt hoch? Dazu brauche ich dieses hier. Wie gesagt, wenn ich das in der Web-Version verwende, diesen Browser, dann muss ich vorher den Schreiber M-Link installieren. Dann gehe ich hier einfach auf Verbinden. Dann wird diese Schaltfläche hier weiß und anschließend auf Hochladen. Dann wird das Programm direkt auf mein Arduino hochgeladen und entsprechend ausgeführt. Und mehr brauche ich auch gar nicht zu tun. Das war im Prinzip schon alles. Gut, einfach mal ausprobieren. Die paar Aufgaben dazu im Kurs vielleicht einfach mal ausführen mit einem kleinen Programm und mal sehen, dass das Board irgendetwas tut. Viel Erfolg dabei! Viel Erfolg!